Hi, ich heiße Mike und bin Designer für Lego Creator. Heute ist Herr Schnecke Fluglotse auf dem Creator-Flughafen. Hier kommt das erste Flugzeug. Cool, es sind die neuen Propeller-Abenteuer von Lego Creator. Es hat zwei starke Rotoren, mit denen es abheben kann, wie ein Hubschrauber. Doch sobald es in der Luft ist, kann es sich nach vorne kippen. Und fliegt dann wie ein Flugzeug. Hier kommt der Doppeldecker. Er hat zwei Tragflächen, um besser abheben zu können und einen sehr starken Motor. Mit den Steinen des Propeller-Abenteuers kannst du auch diesen tollen Rettungshubschrauber bauen. Er hat einen großen Rotor, um aus jeder Situation retten zu können. Mit den Propeller-Abenteuern kannst du dieses coole Flugzeug mit zwei Rotoren, diesen superschnellen Hubschrauber und diesen starken Doppeldecker bauen. Nimm nun die Steine, die du zu Hause hast, und denk dir ein brandneues Fluggefährt aus. Doppeldecker 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 Doppeldecker